Moin Leute, heute geht es darum, wie man den Hintergrund ändert, das habe ich ein paar Leute gefragt und ich dachte, ich gehe aber kurz ein, weil es halt mega easy ist. Ich habe ja hier den Hintergrund, ich weiß gar nicht mehr, was der Standard-Hintergrund ist bei FL Studio, auf jeden Fall geht das hier bei View, auf Background und dann Set, Image, Wallpaper. Da könnt ihr ja zum Beispiel, also ich habe jetzt hier einfach mal den Ordner, wo meine normalen Weise meine Font-Nails drin sind und hier ist auch der gute Kim Jong-Un vertreten. Mit ein paar sehr weisen Worten, if you love someone, tell them, because hearts are often broken, unspoken words. Ja, allerdings sehen wir schon, dass es hier halt so ein bisschen abgeschnitten ist, weil das Format halt auch stimmen muss und so sieht es halt scheiße aus. Das ist halt bei meinem Bild vorher auch gewesen, deswegen werde ich das jetzt auch ändern und dann gucke ich mal, welches Format passt. Nee, das ist aber auch ein sehr geiles Meme. Allerdings ist halt der Geheimtrick, damit es halt wirklich gut aussieht, ein Bild zu nehmen, was ich quasi wiederholen kann. Und deswegen habe ich mich für dieses Bild hier entschlossen und ihr werdet jetzt genau sehen, warum. Zack, es wird hier halt dann wieder begonnen. Allerdings sieht es halt aus, als wäre es eins. Und das ist halt Hammer, finde ich, vor allem das mit der Tiefe noch hier und sowieso sehr nices Bild. Ja, tobt euch aus damit, es geht hier quasi ins unendlich kreative rein. Und das war's auch schon. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank.